Was für mich Exzellenz mittlerweile ausmacht, und das sind auch die drei Jahre, die wir jetzt im Exzellenzcluster schon hinter uns haben, ist einfach diese Fähigkeit, Leute aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenzubringen und in eine gemeinsame Sprache zu zwingen oder zu bringen und daraus sozusagen die neuen Forschungsfragen zu gewinnen. Es geht am Ende darum, die richtige Forschungsfrage zu stellen. Die Lösung dafür zu finden, ist meistens noch einfacher, als wirklich die Frage zu bekommen. Mein Name ist Frank Fitzek, ich bin Professor am Lehrstuhl Deutsche Telekom für Kommunikationsnetze und bin auch Sprecher vom Exzellenzcluster CETI. Also grundsätzlich ist mein Forschungsbereich alles, was Kommunikationsnetze oder Kommunikationstheorie abdeckt. Mittlerweile durch den Exzellenzcluster erweitert sich das aber in die Bereiche Psychologie, Medizin, in der Hoffnung, dass wir Kommunikationsnetze bauen, die auch in der Zukunft die Bedürfnisse der Menschen befriedigen. Mittlerweile durch die Bedürfnisse der Menschen mit einer